Sachsenpokal-Halbfinale. Der FSV Zwickau trifft auf den Chemnitzer FC und es ist auch das Spiel von elf Sachsenpokaltiteln auf Seiten der Chemnitzer und null der Zwickauer. Und trotzdem ist die Mannschaft um Kapitän Johannes Brinkis und Trainer Joe Ennox natürlich der Favorit. Gerade eben haben sie den Klassenerhalt in Liga 3 zustande gebracht und wollen jetzt endlich mal Sachsenpokalsieger werden. Und hinein ins Spiel die Gäste. Von Beginn an die druckvollere Mannschaft. Morris Schröter setzt sich gewohnt stark außen durch und Janik Möker schießt daneben. Den muss er doch machen. Nach drei Minuten komplett frei vor Jakubow. Macht er nicht. Und auch die Chemnitzer verstecken sich nicht. Felix Schimmel legt den Ball unfreiwillig sich selber vor und trifft dann die Latte. Johannes Brinkis vielleicht noch mit den Fingerspitzen dran. Klasse Aktion. Klasse Spiel. Und weiter geht's. Can Koskun. Wunderbare Chipflanke in den Lauf von Felix Drinkuth. Kopfball von Schröter an die Latte. Und dann ist der Ball weg. Da muss selbst ich mal durchschnaufen. Und die Chemnitz-Ultras, die Fans, die wieder draußen ihre Mannschaft unterstützen, können gar nicht genug von diesem Spiel bekommen. Wieder der sehr starke Trinkhut. Manni Starke. Super gerettet. Doch Ronny König. Da ist der verdiente Treffer nach 35 Minuten. Der 37 Jahre alte König wird ja in drei Wochen Anfang Juni 38. Hat von seinem Torriecher aber nichts verloren. Er hat übrigens auch mal ein Jahr in Chemnitz gespielt. Das war nicht so erfolgreich. Und dann Christian Bickel, den Kenze. Torschütze. Tor des Monats. Im Oktober findet in Johannes Brinkis seinen Meister. Klasse gehalten. Klasse geschossen. Wildes Spiel. Und weiter geht's. Ecke von Koskun. Yannick Möker kommt an den Ball. Nein, doch nicht. Es geht hin und her. Gewusel im Strafraum. Und dann ist wieder Möker da. Möker legt sich den Ball vor und Jovan Widowitsch trifft ihn. Trifft den Ball. Und der Schiedsrichter Richard Hempel hat keine andere Wahl als auf Elfmeter zu zeigen. Morris Schröter. Sehr gute Saison. Zehn Tore. Sieben Vorlagen und 2 zu 0. Souverän rechts unten. Keine Chance für Jakub Jakubov. Klasse. Kurz vor dem Halbzeitpfiff. Das 2 zu 0. Na, das muss dem Favoriten doch richtig, richtig Volldampf geben. Zweite Hälfte. Ecke Bickel. Kurz ausgefüllt. Nils Köhler passt in die Mitte. Und Tim Kampulka. Und schauen sich Berlinski an. Ja. Ja. Es bringt was, von außen anzufeuern. Schönes Tor. Zwickau schläft zu Beginn der zweiten Hälfte und gerät schnell unter Druck. Doch Chemnitz kriegt das nicht hin. Was ist denn das? Lukas Aigner. Er noch mit dem Siegkopfball gegen Auerbach. Sorgt hier beinahe für die Entscheidung. Jakub Jakubov tobt. Hält den Ball aber noch rechtzeitig vor der Linie. Und dann. Wie soll es anders sein? Ein Freistoß. Riccardo Grimm. Und Tobias Müller. Gibt es denn das? Der Außenseiter, der Regionalligist. Trifft zum Ausgleich. 79. Minute. Alles wieder offen. Verlängerung, Elfmeterschießen. Alles möglich in diesem klasse Halbfinale. Und die Chemnitzer, die können gar nicht mehr aufhören. Felix Schimmel. Schimmel setzt sich außen ruhig und findet den Theo Okpidi. Was ist denn das für ein Typ? Was hat denn der für Eier? Nehmt den Ball mit links hoch, dreht sich um die eigene Achse und versenkt ihn dann. Den wollte er genau so machen. Die Zwickauer können es nicht passen. Guckt sich das an. Nehmt ihn sich mit rechts hoch, mit links macht er ihn rein. Keine Chance für Johannes Brinkis. 3 zu 2 für den Außenseiter nach 0, 2 Halbzeitrückstand. Und von Zwickau kommt gar nichts mehr. Die sind platt, die sind fertig. Und wieder Okpidi. Okpidi mit dem Kopf oben in der Nachspielzeit. Der Ball kommt dann zum Roscher. Eingewechselt. Macht alles klasse. Und chippt den Ball daneben. Sieht doof aus. Er hätte sich wahrscheinlich sehr gefreut über das Tor. Aber es ist egal. Der Chemnitzer FC schafft die kleine Sensation. Gewinnt gegen den Favoriten aus Zwickau und steht zum 16. Mal im Finale des Sachsenpokals. Wie man das halt so macht im Pokal. Alles oder nichts gespielt. Und ich glaube, es hat uns auch sehr in die Karten gespielt, dass wir früher das 1-2 gemacht haben. Dadurch haben wir sehr viel Hoffnung bekommen. Und ja, die zweite Halbzeit spricht für sich. Ja, ein Knackpunkt war natürlich das frühe Gegentor, eine zweite Halbzeit. Und dann haben wir uns wieder im Spiel gefunden. Aber dann durch eine nocheinstandsituation 2-2 gekriegt. Und dann haben wir halt so ein bisschen den Faden verloren. Und das dritte Gegentor bekommen in einer Halbzeit. Das ist uns ganz selten passiert. Aber solche Sachen passieren im Pokalspiel. Und da sind wir sehr enttäuscht. Wir haben uns nach dem 2-0 Rückstand in der Kabine dann nochmal eingeschworen. Haben uns gesagt, jetzt hauen wir doch mal alles raus, um es möglich zu machen. Haben uns gesagt, wir brauchen einen schnellen Anschluss. Das ist uns dann auch geglückt. Und dann kannst du halt nochmal in so ein Spiel zurückkommen. Und wie es dann geendet hat, war natürlich Bombe. Ja, Bombe wird auch die Party der Chemnitzer. Und jetzt drücken sie alle Dynamo Dresden die Daumen, dass die gegen Lok Leipzig das andere Halbfinale gewinnen. Denn dann wäre Chemnitz sicher im DFB-Pokal. Bis zum nächsten Mal.